Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal das Spiel World of Tanks am Handy. Mit meinem Level 5 Panzer, dem Leopard. Ja, mir hat wieder gerade einer geschrieben. Ja, ich habe gerade Premium. Das habe ich noch vom Start an. Also ich habe noch 11 Tage Premium, glaube ich. Also das habe ich halt vom Anfang an so bekommen. Ich habe auch noch ein paar Zertifikate bekommen, dass ich... Ja, zum Beispiel jetzt gerade, bevor ich das Video gestartet habe, habe ich noch ein paar Sachen eingesammelt. Da habe ich zum Beispiel das Zertifikat für 9 Stunden Premium bekommen. Zertifikat für 10 Stunden, der Zertifikat für 10 Stunden und der Zertifikat für 10 Stunden. weil internet komplett überlastet ist weil so viele leute das internet ist so hardcore überlastet weil so viele leute jetzt im internet sind das ist so schlimm das kann ich einem einzigen mal schaden wir haben sie voll erwischt so Wir haben sie voll erwischt, Volltreffer! Wir haben sie voll erwischt, wir haben sie! Ja, wie er mich anvisiert, ja! Ich habe einen Kollegen im Gegensatz zu hier, als ob der eine mir jetzt direkt davor läuft. Komm, 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 der hat nicht mehr viel! Ey, jetzt ist mir der eine Lauf! Bitte, ich verstehe meinen Stolten. Haben sie schon einen guten Panzer oder greifen sie nicht an? Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich weiß nicht mehr, wo der Leopold ist. Ich hasse Hetzer! Ja, wer ist denn da? Ich kann euch schlecht helfen, weil ich sehe da keinen Gegner bei der Base. Wir sind zwar jetzt weg, jetzt haben wir verloren, valet! Ja, das war jetzt eigentlich eine kurze Runde und Vorstellung von meinem neuen Panzer, den Leopard. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Tschau, Leute! Tschau! Schau!